Was machst denn du da? Ich tune unsere Straße. Ja genau. Das ist super. Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge Agrarian Skies, wo der Kinsey hier Blumen zum Wachstum bringt und ich verzweifle mittlerweile an diesem verhurten Mist-Scheiß-Drecks-Plattorb für Magier. Aber irgendwann kriegen wir es bestimmt hin. Ja, ist aber auch seltsam, dass das nicht so wirklich funktionieren wird, ne? Ich mein, du hast da wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Das kriegen wir auch noch hin. Und man soll das ja, wie macht man das denn ohne Termal Expansion? Das kann ja nicht sein. Das muss doch irgendwie... Ja, so zum Beispiel. Ja, ganz viele Hühner auf einem Platz. Und dann immer wieder opfern. Ja, ich hoffe nur, dass das klappt. Ich hoffe nur, dass das klappt. Ich weiß es nicht. Müssen die nur auf einer Stelle sterben? Die nur auf einer Stelle sterben? Oder müssen die durch den Dagger? Nein, die müssen durch diesen Sacrificial Dagger umkommen. Das ärgerliche am Blümchen züchten ist ja natürlich auch hier, dass man das ganze Gras wieder weg machen muss. Da kann man sich schon fast so ne... Da lohnt sich fast schon so ne Sichel. Aber wir haben doch noch so ne Sichel. Ja? Ja. Ja. Wo hatten wir ne Sichel? Irgendwo hatten wir eine. Hm. Okay. Sonst darf man mal eins? Ich könnte mir auch ne Flux Infused Sickle machen. Storage Upgrade brauchen wir auch. Aber dafür brauche ich ja Fluxed Electron. Wir haben noch eine. Hörst du mir ne zu? Ja. Aber wo? Im System ist sie nicht... Schnuckibärchen. Ach, Schnuckibärchen. Ich guck mal gerade im alten Keller. Ist ja kein Eisen mehr. Ja? Ähm, ich hab noch ganz viel im Inventar. Ganz viel. Ja, da liegt's ja gut, ne? Also Schmetterlinge ist nichts drin. Samenkiste ist... Oh, da sind ja noch Cinderpearls drin. Haben wir mal gewonnen anscheinend. Gut. Ah, da kann ich auch gleich meine Samen, die ich gerade geerntet habe, loswerden hier. Zack, 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 zack. Wollen wir ein paar Blazes beschwören? Warum? Ja, weil wir Blazeroads gebrauchen könnten. Du kannst die gebrauchen. Können wir alle gebrauchen. Hallo? Nicht, ne? Hier... Ähm... Äh... Enderkisten, Enderkisten, Enderkisten. Mit Ender-Rucksack. Ist doch der Hammer. Ist doch geil. Oder stürzt der Server? Keine Ahnung. Gibt wohl nur einen Weg, das rauszufinden. Ja. Ne, das brauchst du doch gar nicht. Äh... Äh... Während der Kinsel wieder faulenzt, bin ich schon wieder fleißig. Äh... Was mach ich eigentlich? Warum scanne ich den Kram eigentlich nicht? Wieso faulenzen? Ich mach Blümchen. Oh ja, ich kann die ganzen Apple-Saplings und so... Äh... Bringt immer nur einen Granum. Kna... Mangos-Sapling, da ist er. Kaktusfrucht. Kann ich nicht scan. Selber Kaktus hier. Naja... Boing... Oh ja, Brickstairs kann ich auch noch scan. Oh, wir haben 69 Leben. Mhm... Ah, okay. Gut, dann... Ich weiß nicht, was da noch für ein Verwendungszweck für die Cinderpearls ist. Hm... Ich glaub gar keiner. Gut. Wieder etwas sehr Sinnvolles gemacht. Wachsen die auch... Kann ich die auch auf... Physician Export Improbus... Ja, da ist es Blaze Powder. Sag mal, Blaze Powder kriegt man doch auch durch Soul Sand, oder? Puh... Du fragst mich Sachen. Ich... Warte mal... Wie war das nochmal? Blaze Powder... Air... Hatten wir doch durch... Durch 7... Was? Was? Nochmal... Kein Silikon... Äh... 1... 2... Ah, wir haben kein Silikon mehr. Geht's mal. Was? Äh... Guck mal in den Keller. Hey, guck mal in den Keller. Ja, das ist ganz viel. Also wir können Lowstone das mit... Silikon. Ist das nicht... Kannst du es nicht aus Rubber machen? Nein... Im Endeffekt, ja. Aber ich hab mir ja schon welches gemacht. Wir hatten... Wir hatten noch Raw Rubber hier im System. Wie heißt denn das Ding da jetzt? Brauchst du nochmal... Was? Aus normalem Dust kriegen wir auch Blaze Powder. Also werde ich die Cinder Perls jetzt... nicht dafür missbrauchen. Hoho, missbrauchen. Ja, die kommen... Guck, guck. Ja, die kommen natürlich in die... Guck, guck. Ähm... TomCraft Kiste. Ähm... Das da rein. Brauchtest du nochmal... Hier, ich hab... Ich hab ne Blume für dich gemacht. Für deine Bienchen. Oh, so geil. Ne gelbe Blume. Pack ich ins System. Kannst du hier raus holen. Ja, ja. Mach du, mach du. Ähm... Das werd ich heute eh nicht mehr zustande kriegen, dass ich mir ne Ender Chest mach. Dann nehm ich mir ne andere Session für vor. Ich versuche heute mal... Das werd ich wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ähm... Der Pulverizer arbeitet nicht. Aber wie komm ich da hin? Ich hätte ja gern die... Primal Arrows... Nein, sind auch doof. Das Infusion... Infusion Crafting würde ich ja gern haben. Das ist irgendwo hier unten. Aber... Um das zu bekommen... Muss ich wahrscheinlich... Hm... Leadstone Energy Zeug bauen wir jetzt an? Was? Hä? Wie bauen die das denn an? Keine Ahnung. Ich bin grade verwirrt. Arcane Stone Block. Ja, wie mach ich den denn nochmal? Arcane Stone... Ah, da ist er ja. Arcane... Oh, das kostet ja sogar... Energie... Stone... Kann ich auch Cobblestone nehmen? Ne. Ne. Na gut. Warum geht der scheiß Pulverizer nicht? Das ist jetzt mal neu. Ich glaub der hat sich irgendwie aufgehangen. Warum auch immer. Hm... Kann passieren. Ups, aber nicht. Oh... Was geht da wieder? Ne, packe ich nicht ins System. Wir haben die so oft schon... Die Saplings, die ich im Inventar hab, die kommen jetzt alle... ins Void. Ne. Geht immer noch nicht. Ach, natürlich. Weil der Hopper voll mit Dust ist, dann kann es ja nicht gehen. Oh, Dust ist gut. Dann kann es ja nicht gehen. Weil ich wollte irgendwann jetzt in... in naher Zukunft noch ein paar Blaze beschwören. Brauchst du dafür Dust oder was? Ne, aber das müsste durch den... durch den Siebemechanismus da gehen. Ja, da ist jetzt ganz viel Dust in der Siebe. Also wenn du was brauchst, musst du dir das jetzt rausholen. Was machen denn die ganzen Rubber Saplings im... im Planter? Weiß nicht. Ich hab gar keine Rubber mehr hier. Ich bau gar keinen Rubber mehr an. Also raus damit. Rubber Sapling raus. Rubber Sapling? Rubber Sapling. Jungle bleibt drin. Oak bau ich auch nicht mehr an. Ich hab nur Jungle Wood, damit ich ein paar Wines bekomme. Das ist knapp. Nicht, dass der wieder in den Turm wächst. Gut. Dann muss ich da mal manuell ein bisschen Seeds reinmachen. Leut den Manuel in Ruhe. Das kann Manuel Neuer dafür, genau. Nicht nur wieder ein Manuel Neuer Witz. Äh... Wer ist Manuel Neuer? Das ist der Bruder von Benjamin Alter. Ich kenne nur Benjamin Blümchen. Aber cooler Typ. Ja, findste? So einen langen Brüssel hätt ich auch gern. Hä? Ja, ja. Ja, stimmt. Wer nicht, ne? Wer hast du gesagt? Da könntest du dann dein Wasser drin sammeln. Oh. Oh mein Gott. Ah, da! Da waren Samen. Samen. Samen in meinem Sack. Ach ne, in meinem Inventar. Zack, zack. Bisschen Harvestergedöns nebenbei. Pflanze! Pflanze! Der besorgt euch Schülshausen. Zum Beispiel. Was trinkt denn der Sludge Boiler? Soulcent? Mhm. Nether Bricks. Nether Bricks. Salz. Etc. Und, ja, Salz, soweit ich weiß, bekommt man... Ist da ein Baum in mir gewachsen? Ja. Ähm, Salz bekommt man wirklich nur da raus. Mit der Möglichkeit da, also mit... Mit dem... Echt? Ja, soweit ich weiß, ja. Ich hab's woanders noch nicht gesehen. Schon noch anders. Wo ist mein zweites Büquet? Da. Voll übersehen. Voll übersehen, Alter. Okay, da ist Wasser, da ist Wasser. Oh, und er baut wieder fleißig Wines ab. Oh, das gibt wieder Erde, das ist schön. Bitte mit Beispielen zu unserer Konstruktion. Der macht... Ähm... Ähm... Muss ich jetzt echt... Das ist... Und... Hab ich noch einen Hammer dabei? Hammer dabei? Ja, und damit haben wir... Hammer dabei? Hammer dabei? Was haben wir dabei? Haben wir alles dabei? So, ein bisschen Eis kaputt machen. Eis, Eis, Baby, ricketing, ding, ding, ricketing, ding. Ist nämlich egal, welche Shards ich gleich benutze. Und dadurch... Und die Eis Shards bekommt man natürlich am einfachsten. So ein Eis Turm sieht auch cool aus eigentlich, ne? Ein Eis Turm? Mhm. Oh, du machst Eis, 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 Baby. Mhm. Basis... Nein, nein, das will ich doch gar nicht. Schwämme... Ein Chart? Ähm... Precision da. Ein Chart? Willst du mich verarschen? Geben wir mehr. Stell mal lieber in die Mitte vom Block, so. Zwei Shards, mhm. Geben wir noch mehr. Drei. Da kann ich schon jede Menge Steinchen draus machen. Nein. Aber ich brauche vier für die Bricks. Ah, fuck. Äh, Entschuldigung, ich wollte Falafel sagen. Hast du aber nicht... Mist. ...fuck gesagt. Oh, pscht. Nicht so laut. Oh nein, stopp. Ich habe jetzt schon einen Baum gewachsen hier. Oh nein, in den McDonalds. So, so, so. Bitte? Das will ich jetzt mal überhört haben. Oh ja, er hat... Er hat Holz... Nein, viel schlimmer. Er hat Bricksters gelöscht. Mit seinen Blättern. Ah, du kennst dich. Ich hasse dich. Ich nehme den Apple Sapling da lieber mal weg. Und was ist das? White Cranberries weg. Das weg. Mango Baum auch weg. Das Problem, das ich demnächst mal beheben. Okay, dafür brauche ich 0,9. Ah, da ist schon ein bisschen was weg. Ich weiß nicht, brauche ich dafür auch noch mal. ZACK. Ne, die kann ich so machen. ist schon mal gut machen ich bekomme auch vier dafür das ist ja cool okay und jetzt braucht erd und luft charts und erst mal was zu essen schon wieder nicht wenn ich ein lager du kannst übrigens noch mal zwei quest aufgeben so wenig luft charts hast du noch sand ein bisschen sand ist noch im system 31 das dauert aber bis die wachsen bis was wächst ich verstehe nicht was die haben worüber redet ihr ich habe es gerade nicht mitgekriegt jetzt steht alles im chat ja ich bin hochkonzentriert am basteln dann bist du selber schon wieder alles voll es geht so schnell danke fürs licht wenn ich ein ein oder was ne oh ich hab drei gut dann kann ich ja ein paar mal nach dem bienchen gucken wenn ihr dann geht es ich krieg gleich vier aber das ist teuer es kostet ja neun und neun einmal neun luft und einmal neun terra es wird zeit dass ich auch an uns findet hab gleich was fertig hat zwar nichts mit der quest na was viel lustiger ist es immer noch zwei quest abgeben ja ich bin doch hochbeschäftigt hier man könnte ja nur was drin sein was dir bei deinem quest hilft okay das ist natürlich interessant pass hier auf gerade ach du hast ja eh ein jetpack wie herab lassen der das jetzt auf einmal sagt lauf mal über den stein hier welchen stein der hier wo ich stehe vor super bei prinzessin kamen hier raus nutoka kommst du mal wie weit komme ich denn wenn ich darüber laufe mit ja wieso wirkt das jetzt nicht hä zack 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 ja gut mache ich einfach 1 2 3 alle vier fackeln sind die fackeln eigentlich hier auf unserer straße im richtigen gleichen abstand natürlich die habe ich auch sehr schön 1 2 was sind sie also nicht mist 1 2 3 4 war ich jetzt vor der vierten oder nach der vierten was machst du denn da ich tune unsere straße ja genau ja bei mir auch ja weil du neue chance lädst 1 2 3 und nummer 4 machen wir alle vier fackeln 1 2 1 3 4 oder habe ich jetzt ja ne ist alles gut du 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 1 2 3 4 funktionieren irgendwie nicht immer komisch 1 2 3 4 1 1 2 ich mache ich ich mache ich gelbe spuren auch noch ne oh yeah baby you know what i mean bitch jetzt kann ich sogar richtung nachbarn noch einsetzen einen ist gut mehrere ich habe noch vier stück über aber die haben keine fackeln im gleichen abstand hier oder ne die haben auch nur einen weg der zwei breit ist nicht drei aber egal dann werde ich ähm wie war denn die taste für dieses andere ding für den für den für den wo die wo die chance angezeigt werden f8 nein f8 ist smooth maus so what f10 f11 f11 ist vollbild so auch gleich was ganz anderes f12 nein meh f1 hat aus genau f2 ist ein screenshot f3 ist gedöhnt f4 ist gar nichts f5 ist ansicht f6 bäh gibt's das hier nicht doch das gibt's hier aber welche taste ist das meh egal na wieder ein vollbild aus ff ich hoffe die aufnahme leidet nicht drunter rrrr mach ich noch gut glück hier jetzt jetzt egal ach wo schreibe ich denn jetzt bin ich doof weg da ach weißt du was die letzten drei turbosteine schenke ich brainiac und schneckball nix wird nichts verschenkt natürlich ich bin gespannt was sie damit machen ich schenke sie jetzt ich verschenke die jetzt nein oder bist du schon bis gebrainiac ne ne noch nicht äh jetzt muss man hier gerade gucken aber unsere straße zur mitte hin ist schon damit gespickt upgrade upgrade radius increase muschis auch wie süß ähm äh muuuu mıuuu miuu miu muuuu 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 Ok, jetzt schnack zu, aaaaaaah! Wo sind sie denn da? Ah, Tedris drücken. 0.4. Der Weihnachtsmann war da und hat Steine verschenkt. Geil, alle drei nebeneinander gesetzt. Nein, das bringt nix. Na egal. Huiiii! Elf Jetpack Energie habe ich noch. Das reicht natürlich nicht zum Überqueren des... Ne? Dann muss ich die Straße nehmen. Ja. Übrigens, wir sollten das Schild oben auf dem Weihnachtsbaum nicht ansehen, hat Hero gesagt. Erst wenn Weihnachten ist. Das Schild haben die anderen schon geguckt. Echt? Ja. Aber schon lange 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 lange. Ungeduldig, ne? Ok, ich hab gerade gefragt, ob das funktioniert. Na ja. Ja, wir müssen auch mal... Echt? Schon vorbei? Ja. Aber wie gut es sich schon auf der Insel zuhause bin. Also diese Turbosteine sind geil. Für unsere Straße. Die sind mal richtig geil. Supergeil. Aber die waren auch gut teuer, ey. Einer der Stäbe hat schon ein bisschen gelitten. Ich geh den noch mal ein bisschen voll machen. Während du die Abmode machst. Bitte? Wieso? Was? Was denn? Was denn los? Alles gut bei dir? Mach doch mal Abmode. Wieso seh ich das nicht? Ich muss aber auch ein bisschen aufpassen. Ich muss nie bei der Abmode siehst. Ja, warte mal. Wo ist mein? Da. Was ist das? Achso, Limestone. Ja, dann sag ich vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann schaut euch das nächste Mal wieder rein. Wenn wir hier weiter dann... Aquarium Sky is... A.K.A. Sky Solated. Also... Ja. Macht's... Besser. Als nur Toka. Nicht schwer. Ist nicht schwer. Ciao. Pizzi. Fick dich. Hahaha.